willkommen zurück zu minecraft so wie ich schon sagen wir gehen erst mal in die richtung weil wenn wir in die richtung sind dann müssen wir auch so ein bisschen rüber rennen also gehen wir in die richtung da haben wir sogar den einfachsten weil das bringt normal an und dann machen wir eins zwei drei vier fünf abschnitte in die richtung dann sind wir in der ersten richtung gerade ich ich hab da auch kein wasser gesehen das heißt nach dem wasser können wir auf jeden fall die fahrte anmachen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.